Die Mortal Empires ist es endlich soweit, die Belakor wird als Krieger des Chaos, ne, also die Krieger des Chaos werden ja komplett überarbeitet und er joint jetzt halt dann als eigenständiger Lord, ne, mit dem man dann eben starten kann, mit eigener Fraktionsmechanik startet der quasi, ne. Er ist jemand, der keinem spezifischen Gott angehört und er hat halt, er kämpft halt wie Daniel, ne, ihr kennt den vielleicht schon, den Chaos-Dämonen, den man, den Dämonenprinz, ne, Chaos-Dämonenprinz, ähm, kämpft er quasi für alle und für keinen, ne. Er hat seine eigene Agenda, will eigene Sachen machen und dementsprechend hat er, er hat als einziger Lord quasi die größte Auswahl der, äh, Chaos-Dämonen, die er in die Schlacht führen kann. Und klingt auf jeden Fall interessant, also wir schauen uns gleich jetzt hier mal an, ich hab noch nichts Großes geschaut, wo er startet, also wo, was er kann, ne. Wir sind hier live dabei, wie ich mir das jetzt alles hier anschaue, aber, äh, Belakor, wenn man jetzt hier schon sieht, äh, Isle of White startet der und das ist hier oben. Ne, also, äh, genau, wir speichern mal wieder die Bilder, dass wir schön reinzoomen können, ne, also, äh, wir haben hier Albion und anscheinend, äh, bei der Insel, ich glaube hier, damals, wo der, ähm, also in Albion startet der und die Insel, das muss hier sein, dort, wo der Dunkelelf gestartet ist, ne, dort startet dann, ähm, Belakor. Boah, coole Startpositionen, ermöglicht ihn so ziemlich in alle Richtungen Sachen zu machen, ne, also, äh, runter zum Imperium, äh, zu den Protonen, rüber zu den, ähm, rüber zu den Chaos-Barbaren und so Norskar-Freunde, dann rechts, dann links rüber zu den Hochelfen und dann haben wir oben Norden, ähm, wo quasi, wo das Chaos allgemein herrscht, ne, da, äh, Ich bin noch gespannt, was, wer da jetzt sonst noch startet, hier oben startet Daniel, unser Chaos-Lord, dazu kommen wir noch später, ne, im zweiten Video, aber, äh, da oben startet ja Daniel und da könnte interessant sein, ne, wie das Ganze sich dann hier ausspielt, wenn hier noch ein Chaos-Lord startet, äh, wie genau das dann passiert und, und was, äh, die eine Echse, die startet dort oben nicht mehr, erzähl ich später, erzähl ich später, genau. Aber hier startet, äh, und hier startet auch, also hier startet gar keine Echse, äh, hier startet eben jetzt das Belakor, was interessant ist, also ein Chaos-Lord direkt zu Beginn, dort oben, der dann runtergefahren kommt, auch als Spieler, sowohl für, für Menschen als auch Brettonne, äh, oder Norsen-Freunde, das ist harter Tobak, also hier, das, also, der Dunkel-Elf, der dort gestartet ist, wurde abgegradet mit einem Chaos-Lord. Hahahaha. Hahahaha. Stell ich mir recht hart vor, dass der in Albion startet, ne, ähm, vier unheilige Manifestationen bekommt, je nachdem natürlich für die entsprechenden vier Chaos-Götter, ne, und, äh, Seelen, Seelenopferungen. und je nachdem, wem man das opfert, also wir kennen die Fraktionsmechanik schon in die Richtung von Chaos Undivided, die Fraktion, die Daniel führt, das ist die einzige, ich nehme an, das wird der einzige in dieser Fraktion sein, vielleicht holen sie Daniel auch rein in die Chaos Krieger, da bin ich mal gespannt, würde auch Sinn machen jedenfalls, mal gucken, aber auf jeden Fall, anscheinend kann man eben, wenn man eine Armee besiegt, kann man das einem spezifischen Gott opfern oder eben die Seele sacrificen und dafür kriegt man, kann man dann einzelne Mächte upgraden, also man kann die dann dediziert dann in eine der vier Pötte reinhauen und dann haben wir hier, können wir Portale öffnen oder andere Sachen, das ist ja interessant, zusätzliche dämonische Reinforcements, funktioniert das dann sowas wie, also es gibt dämonische, wir kriegen dämonische Unterstützung, bedeutet das, dass es so funktioniert, wie dann drüben bei den Menschen, bei Wohlfahrt, dass er dann halt eben Unterstützungsstufen bekommt oder so, mal schauen, ne, die unheilige Manifestation, nehme ich an, ist etwas, was bei Bettercore vielleicht stärker ausgeprägt ist, als bei anderen Chaos Kriegern, das werden wir gleich sehen, wir haben ja zum Beispiel unseren Siegwald, der ja eher in die Slanisch-Richtung geht, ne, der halt dedizierend in Richtung Slanisch unterwegs ist, kann, da bin ich gespannt, klingt cool, klingt cool, dann haben wir, ähm, Bettercore's Schatten, ne, also er korrumpiert dort, wo er steht, das ist aber, gilt halt für jeden, Oh, er kann, ähm, er kann gegnerische, äh, äh, menschliche Lords, kann er, äh, kann er markieren und die dann korrumpieren, kann ich dann, ähm, kann ich dann so jemanden wie den Imperator Höchst selbst, äh, korrumpieren, dass er dann irgendwann meinen, äh, dass er irgendwann dann meine Chaos-Fraktion joint, das wäre cool, interessant, das, äh, mal schauen, wie das funktioniert, ist das dann so Richtung Slanisch-Funktion? Das klingt ja auch interessant und dann natürlich unsere Chaos-Geschenke, ne, je nachdem, ähm, wenn wir uns einen der Chaos-Götter anschließen oder, äh, ungeteilt bleiben, kriegen wir ja natürlich, ähm, halt Geschenke, ne, also jeder, der Gott möchte natürlich, dass wir, ähm, dass wir uns den anschließen, ist, also es klingt eingemeint, so die Fraktion, also Belakor wird stark in die Richtung, äh, in die Richtung gehen, die Daniel, äh, ne, das, äh, ungeteilte Chaos und den, äh, Dämonenprinz, der da zu der Fraktion gehört, klingt so, als würde Belakor in die gleiche Richtung gehen, aber nicht ganz, also vor allem mit Belakors Schatten und halt auch eben die Krieger des Chaos haben ja eine neue Ressource mit den Seelen, also es klingt so, als wäre das irgendwie ein upgegradeter Daniel, muss man eben schauen und, äh, klingt auf jeden Fall, Belakor wird, denke ich, eine coole Fraktion, vor allem mit diesem, mit diesem Schatten, dass man da Leute korrumpieren kann und auf seine Seite ziehen kann, klingt schon mal nicht schlecht, genau, und dann neben Belakor kommen ja noch weitere Fraktionen, und zwar momentan erzählen sie von sechs an der Zahl, ähm, manche werden verändert, manche nicht, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, also wir wissen schon Bescheid, Volkmar startet ja ganz wo anders, ne, Kult of Sigma, Volkmar startet ja hier unten in Sudenburg und er sucht nach Artefakten, wurde jedenfalls gesagt, dass der eben, ähm, so einen heiligen Kreuzzug, Zug, so für das, äh, dass er eben für nicht heilige Artefakte, sondern eigentlich einen heiligen Kreuzzug da unten macht und er ist so auf einer, auf einer Pilgerfahrt, ähm, Ah, interessant, also Volkmar kriegt die gleiche Aufgabe wie alle Untoten, äh, also alle Gruftkönige, er sucht die Bücher, die normalerweise die Gruftkrieg, äh, Gruftkönige oder Manfred, Manfred sucht Bücher, graden sie seine Kampagne ab, was cool wäre, also Manfred sucht eigentlich auch die Bücher, deswegen, ab, da bin ich mal gespannt, stand, also Cranny den ab, davon wurde noch nichts erzählt, auf jeden Fall, er sucht auch die Bücher, er kriegt auch diese Aufgabe, die Bücher zu suchen, das dürfte, weiß nicht, was, was bringt ihm das, da bin ich mal gespannt, was ihm, also er sucht die nicht, äh, um sie zu benutzen, sondern er sucht sie, um sie zu versiegeln, wäre cool, wenn es dann Wettrennen drum gäbe, aber so eine Mechanik existiert nicht, ähm, da müssen wir mal schauen, aber seine, das klingt schon mal interessant, dass der wie die Gruftkönige nach den Büchern sucht, der dann dadurch krasse Kampagne-Mechaniken kriegt, Volkmar hat aber eine unfassbare, äh, unfassbar schwere Startposition, dazu kommen wir auch später, ähm, unfassbar schwer, also der, einer der härtesten, also, also, in Badlands, das, uff, also, als, als Mensch hat man Soten echt nicht leicht, ne, gefolgt, Grombrindal, ähm, ist krass, also, Grombrindal startet, ähm, Grombrindal startet in Nagaroth, kein Witz, der startet hier, der, der startet hier, äh, äh, elfen verhauen, ja, Grombrindal startet in Nagaroth, ich bin gespannt, also, er folgt dem, äh, Kriegsbad und, ähm, er möchte, ja, das, also, Grombrindal ist eine Überraschung gewesen, als ich das vorher gelesen hab, ich hab ein bisschen drüber gelunzt schon, so, dass ich euch schon mal direkt zeigen kann, wo die, ähm, wo die Startposition der einzelnen, ähm, Fraktionen ist und Grombrindal startet im Dunkel-Elfen-Gebiet, was ja mal hochinteressant ist, ähm, in Nagaroth, der Frage ist halt, wo, also, das wurde jetzt noch nicht revealed, ne, ob Süden, Norden, ich denk halt irgendwo in den Bergen, also entweder direkt daneben, neben, äh, unserem guten alten Freund, äh, ne, Nagaroth, unser Hexenkönig, äh, ihr wisst, ihr wisst schon, welchen ich meine, diesen Dude, ne, diesen Mond-Dude, wie ist er noch gleich? Malekith, genau, äh, startet er daneben, oben, unten, das, also, Grombrindals, äh, Kampagne wird interessant, äh, gesandwich, also, ich nehme an, äh, Gruftkönig wird dort bleiben, ich wüsste nicht, warum sie den verschieben würden, auch, äh, die Schwestern, nehm ich auch an, dass die da bleiben werden, einfach, dass die Kampagne interessant bleibt, zusätzlich zu den Hochelfen, das, das wird heiß bei dem, das wird heiß, da jetzt kommt jetzt ein Zwerg hin, und wir reden nicht über einen schwachen Zwerg, Grombrindal, meiner Meinung nach, einer der stärksten Zwerge, weil der einfach unfassbare Armee-Buffs kriegt, das ist schon frech, ja, das ist schon frech, genau, dann haben wir Helmut Gorst und, äh, die Karawane der Blauen Rosen, keine Ahnung, was ich mir da vorstellen kann, ähm, er sucht, ach so, deswegen ist der, der hat, äh, der, äh, hat sich der Nekromantie verschrieben, um seinen Bruder zum Leben zurückzuholen, leider, schade, also hier erzählen sie, also Volkmar hat am meisten Informationen gekriegt, Grombrindal gibt's gar keine Informationen über seine Kampagne und Mechanik, genauso wenig wie bei Helmut Gorst, äh, Helmut Gorst, ähm, ist nach Osten gewandert, ne, näher dran an Nagashisa, und das bedeutet, Nagashisa ist hier, hier irgendwo, oder? Das ist die Bergkette, das ist die Bergkette, Nagashisa ist hier unten, wenn er nach Osten kommt, dann in die Berge oder sogar noch weiter drüben, aber näher an Nagashisa ist er, da will ich aber nicht, Nagashisa ist hier drin, äh, in den Gebirgen, da drin ist Nagashisa, deswegen, wenn er Osten ist, also nach unten vielleicht, also es gibt noch die, äh, also ich nehme an, nicht straight nach Osten, sondern eher so Südost, also ich nehme an, entweder in den Bergen drinnen oder tatsächlich dann eben schon in, äh, in den Dunkel, Dunkel, in den Dunkelzwergenbereich, ähm, ja, also interessant, ja, ich hatte gehofft, also ich, ne, ich kenne seine Lore nicht so ganz, aber ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr, ein bisschen weiter geschoben wird, in andere Richtungen auch, aber immerhin, Helmut Gorse wird geschoben, denn, surprise, surprise, ähm, Vlad und Isabella bleiben zusammen, also die, was deren, also ihre Kampagnenmechanik wird quasi nicht upgedatet, sondern sie bleiben zusammen, verstehe ich natürlich, ähm, das wird jetzt aber so sein, dass du, ähm, dass sie jetzt hat, dass jetzt hat, wenn du Vlad als, als legendären Lord wills, dass Isabella ein Held wird, also das wird jetzt eine neue Mechanik sein, was bei den beiden auch Sinn machen, weil die anscheinend, ne, bumsen ein bisschen tot und noch viel länger und dementsprechend bleiben die halt immer zusammen, das bedeutet eben, dass, äh, Isabella jetzt hat umgewandelt wird zu einem Helden, bin ich gespannt, wie stark sie dann ist, ne, und wie sie dann funktionieren, aber das macht bei der, bei den beiden auf jeden Sinn und wenn man dann Isabella spielt, dann, äh, wird Vlad als Held umgemütet, und ich bin gespannt, wie das dann funktioniert, ich finde die Mechanik auf jeden viel besser, ähm, und bin dann gespannt, wie sie die Fraktion dann anpassen, weil dann gibt's ja dieses, diese Mechanik nicht so richtig, ne, genau, ähm, Siegwald der Schöne, ne, mit seiner unfassbaren Schönheit, wird jetzt, ähm, äh, startet in den nordwestlichen Chaoswüssen, ne, und das ist hier, äh, Siegwald wird hier oben starten, ich bin gespannt, wo genau, macht aber Sinn, ne, wir haben wieder diese Slanisch-Geschichte, Siegwald ist ja kein, äh, so richtiger Chaoskrieger in dem, also, doch, natürlich richtig schon, aber nicht so wie Bella Kor oder andere, äh, 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 andere ungeteilte Chaosboys und Girls, ne, der ist ja eher in die Slanisch-Richtung, ne, er hält sich für schön und bezieht alle und so, und dementsprechend bin ich schon, äh, gespannt, er hat, wird dann neue, äh, neues Feature kriegen, ähm, er kann Einheiten, äh, seducen und, ähm, er hat Slanischs, dämonische Brut, die er benutzen kann, wird also interessant, äh, inwieweit Chaoskrieger sich dann verändern werden, was sie für einen Roaster dann haben, ich nehme an, sie werden das gleiche Roaster haben, nur anders, und Siegwald wird dann eben auch Zugriff auf Slanisch-Einheiten haben, das, was ziemlich cool und interessant ist, außer Korne mit Flanken, Slanisch-Einheiten als Flanken benutzt, das stelle ich mir unfassbar stark vor, dementsprechend, ich bin gespannt, ähm, wie genau das funktioniert, ich hoffe, sie haben nicht einfach Stolz-Stolz-V-Slanisch-Slanisch-Ding auf ihn draufgeprintet, sondern dass es ein bisschen anders funktioniert, aber ich nehme an, ist einfach, äh, die Chaos, die neue, die Chaoskrieger-Fraktion, die neue Chaoskrieger-Fraktion plus Slanisch-Funktion auf Siegwald, äh, draufgestempelt, nehme ich an, bin mir aber nicht 100% sicher, das muss man schauen, es wird hier, ne, hier wird nur davon geredet, dass er eben die, äh, Fähigkeit hat, das, was Slanisch, ne, was, äh, äh, ne Garten, ne Sari, wie hieß er noch gleich, ne, unser, ne Kari, ne Kari, ha, ich kenne den Namen, äh, was ne Kari kann, das eben auch, ähm, Siegwald daneben kann, genau, dann haben wir Kolek noch, ähm, unser Drachen-Oger, der startet an einer ganz interessanten Position, ähm, da wird auch jetzt noch nichts verraten, wie seine Kampagnen-Mechanik funktioniert, aber, ähm, er startet in den Gebirgen von Morn, und ich hab mir das extra rausgesucht, äh, die Gebirge von Morn, die waren doch hier, bin ich blind? Die Gebirge von Morn, ich bin, ich bin, bin ich, ich schwöre bei Gott, ich hab Gebirge von Morn, hier, hier, hier sind die Gebirge von Morn, ich, ich hab, wusste doch, ich hab's doch, ich hab's extra rausgesucht, Leute, jetzt hab ich's doch, ne, nördlich der Gebirge von Morn, das heißt, er startet irgendwo hier, ne, wie, ob er jetzt direkt hier nördlich startet oder nicht, das müssen wir alle sehen, die Chaos-Krieger werden, glaub ich, mit als letztes revealed, ähm, was auch Sinn macht, weil es das große neue Update sein wird, und, aber wir wissen jetzt schon, ne, Siegwald startet hier oben, äh, Belakor startet hier, und wir wissen, dass, äh, unser guter, äh, Kolek, dass der hier im Norden von den, ähm, Mountains of Morn startet, vielleicht ganz oben im Norden, vielleicht auch nicht, muss man schauen, ich denke, sie haben auch schon die Startposition der einzelnen Chaos-Zwerge berücksichtigt, und deswegen ist das Gebiet hier recht leer, und es wird auch recht leer bleiben, einfach, weil ich nehme an, sie werden einen im Norden packen, einen im Süden, und dann werden sie noch ein, zwei Leute noch ein bisschen verteilen, hoffe ich jedenfalls, aber mal gucken, ich kenne Chaos-Zwerge-Lore, entsprechend mal wieder nicht, wer war, war irgendwo unterwegs, I don't know, das Event, wenn es soweit ist, aber mal gucken, also ihr habt monolithischen Settlement, vielleicht ist das auch so ne, vielleicht machen die daraus so ein bisschen so Beastmen-Fraktion, ich weiß nicht, inwieweit der Drachen-Oga so unterwegs ist, ähm, bin gespannt, aber das sind so eigentlich die Fraktionen, Belakor kriegt die Kampagne-Mechanik ähnlich wie, äh, Daniel, ne, unser ungeteiltes Chaos-Krieger-Boy startet in Albion, hier, ne, auf der Insel, dort, wo, wo der Dunkel-Elf vorgestartet ist, mit seinem gesamten Zoo, ähm, wird unfassbar, also das wird, das wird interessant, also, als sowohl Imperium als auch Breton, ähm, wird eine interessante Kampagne, wenn da vom Norden nicht nur Noska kommt, sondern auch, äh, Chaos-Fraktionen immer wieder reinpoken, ähm, dann haben wir Volkmar, der die Fraktionsmechanik der Gruftkönige kriegt, ne, diese Büchersuche, bin gespannt, inwieweit halt ihm, ihm das was bringt, weil das fand ich immer schon bei den Gruftkönigen immer so ein bisschen so semi, es gab schon coole Sachen, aber nichts, wo man sagt so, uff, da muss ich jetzt hin, weil das pusht jetzt meine Kampagne, Grombre-Deutsch, äh, Startposition ultra krass, also, dass der Nagorov startet, klingt nach einer richtig fetten Kampagne, vor allen Dingen für langsame Zwerge gegen schnelle Dunkel-Elfen, äh, mit Kavallerie und weiß, was ich, was da alles, ne, was, was da noch alles rumkreucht, Wald-Elfen, also, äh, Zwerge sind halt mit, zusammen mit, äh, Nörgel halt die langsamste Fraktion, und da halt dann irgendwelche schnellen Hoch-, schnelle Wald-Elfen oder schnelle, schnelle Dunkel-Elfen könnte schon ein bisschen belastend sein. Gorst wird ein bisschen nach Osten geschoben, ähm, ob er in den Bergen startet oder darüber hinaus, muss man sehen, ich nehme an, dass sie nach, äh, Südosten schicken werden, einfach den Pfad ein bisschen runter, dass der halt, äh, ein bisschen dort, wo die alte, ne, hier haben wir ja die Vampir-Fraktion, also, vielleicht wird er dann hier bei den, bei den, den Wolf-Landen halt hingeschickt, dort, wo vorher die Vampir-Fraktion am Start ist, also, das ist die aktuellste Karte, die ich übrigens, also, ja, gut, äh, ja, da ist die Karte wieder abgeraucht, ja, wo hier, ja, 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 die Karte ist wieder abgeraucht. Ja, ich habe keine Ahnung, was es jetzt hat, da macht man mal wieder hier Stuff und dann sowas. Genau, also, äh, die, ne, dort, wo vorher in Toleroma 2 die Vampire am Start waren, da gab es eine Vampir-Fraktion, da wurde ja lange darüber gemutmaßt, dass Nagashiza kommt, das, äh, ist ja dann nicht mehr passiert. und, ich nehme an, dass er dann halt eben hier, äh, in den Wolf-Landen starten wird, ne, also, hier, hier, wo mein Mauszeiger ist, also, genau, ne, hier in den Wolf-Landen, äh, östlich von dem, äh, von dem Standard-Zwerg, Togrim wird, nehme ich an, den, den Pass weiter halten, ähm, und dann halt östlich von Togrim, dort wird, nehme ich an, dann, äh, die Vampir-Fraktion starten, oder sie schieben ihn vielleicht sogar noch ein bisschen weiter rein, das Chaos-Zwergenreich, ne, also, hier haben wir die Wolf-Lande, vielleicht schieben sie ihn noch ein bisschen, ne, Askarov in diese Gebirgskette rein, die wir hatten, wer weiß da schon, also, es ist halt so, es ist ein bisschen Rätselraten, wie sie da momentan schieben.